Ich war gerade duschen und da kam mir die mega kranke Idee. Aber bevor das Video anfängt erstmal was in eigener Sache. Jo Lukas, alles gut zum Geburtstag! Alles Gute zum Geburtstag. Ich denke mal die WhatsApp-Nachricht hast du wahrscheinlich gerade dann in diesem Moment empfangen. Ist die Kamera wieder mal unscharf, auch nicht schlecht. Und zwar habe ich angekündigt, bei den nächsten 50 Likes werde ich ein Gewinnspiel raushauen. Und es sieht nun mal so aus, dass nach dem Video auf jeden Fall wieder 50 Likes auf meinem Kanal dazukamen. Und zwar dachte ich mir, gerade während ich duschen war, deshalb sind meine Haare auch noch nass. Das ist doch eine mega geile Idee, wir einfach zwei Gewinnspiele in einmal draus zu machen. Und zwar fangen wir erstmal mit dem, und ja, interessanteren Gewinnspiel an. Und zwar könnt ihr mich als Aufnahmepartner gewinnen. Das ist dann der Moment, an dem ihr eigentlich hättet klatschen sollen. Und der Sinn dahinter soll halt sein, dass ich mich an euch hochpusche. Dementsprechend gerade die Kanäle mit mehr Abonnenten. Schreibt doch mal einen Kommentar. Ich nehme gerne mit euch auf, egal was. Ich lade sogar Minecraft Let's Plays auf meinem Kanal, auch wenn es sein muss. Ansonsten können wir auch einfach auf eurem Kanal was aufnehmen. Für die kleineren Kanäle tut mir an der Stelle leid, kriege ich nicht genug Abos für. Kann ich einfach nicht machen. Dementsprechend wird das weniger als ein Gewinnspiel ablaufen, sondern eher als ein, ich werde mir ein paar Leute raussuchen mit denen aufnehmen, um mich auf jeden Fall auf die 1.000 Abos zu pushen. Ihr habt aber schon gesehen, ich habe hier Kanäle wie Danjishka, Taruha, die Contraplays mit mehreren tausend Abonnenten. Leute, kein Problem. Wenn ihr meine Videos schaut, meldet euch bei mir und pusht mich doch einfach. Dankeschön. Schreibt bitte einfach in die Kommentare. Ich melde mich dann bei euch. Und jetzt kommen wir zum absolut spektakulären Gewinnspiel, das ich angekündigt habe. Dementsprechend bitte Trommelwirbel. Und zwar verlose ich, Leute haltet euch fest, einen Displayreiniger von DHL. Und zwar dachte ich mir, ich mache das einfach, indem ich hingehe und mir eine Zahl von 1 bis 637 aussuche und dementsprechend den Abonnenten aus. Und zwar gehe ich jetzt hin und mache hier einfach mal Get Random Number. Random.org. Dementsprechend der erste Link in der Videobeschreibung heute. Okay, alles klar. Also kommen wir jetzt zum großen Moment. Get Numbers. 620. Alles klar. Ich werde jetzt von unten hochzählen auf Nummer 620 und nach einer kleinen Werbepause werdet ihr das Ergebnis erfahren. Und der Gewinner ist Maren H. Melde dich bitte nicht in den Kommentaren oder per Privatnachricht. Denn wie anfangs erwähnt, habe ich mich, nachdem ich alle 620 Nummern ausgezählt habe, dazu entschieden, doch heute mal das Geburtstagskind als Sieger zu erklären. Also, Lukas, kein Thema. Ich werde dir auf jeden Fall diesen Displayreiniger demnächst schenken, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Alles klar. Und damit sage ich vielen Dank für das Video und vergesst nicht, euch bereit zu erklären, mit mir aufzunehmen, damit ich mich an euch hochziehen kann. Irgendwie bin ich in dem Video heute viel zu gut gelaunt gewesen. Das könnte mein Image kaputt machen.